Kaufen oder Verkaufen? Geil! Ich könnte ein paar Sachen verkaufen. Die Frage ist, ob ich was verkaufen will. Habe ich noch irgendwelche Waffen? Ja, das Ding kann ich verkaufen. Das Ding kann ich verkaufen. Das auch. Boah, das war auch schlechter, ne? Jo. Weg damit. 6,2. Oh, das Ding ist eigentlich ziemlich nice. Fußsoldatenbeinschutz. Hat Blitz 6,8 sogar. Okay, aber die Astrologen sind sogar noch besser. Aber... Das ist okay. Ausrüstung. Jo, alles klar. Willron, dankeschön. So, dann kann ich die Runen mal alle benutzen. Aua, schon wieder 9.000... Ne, 10.000, ne? Achso, was kann der eigentlich? Was hat der eigentlich alles? Steinspertschlüssel hat er auf jeden Fall. Hm. Uh, der hat auch Rüstung. Pöbel der Halbmenschen. Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Erhöht maximal LP. Hm, 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 hm. Behälterkörper mal kaufen. Aber die Brust ist jetzt nicht so cool. Hätte ich 10,9 auf... Statt Feuer auf Blitz gehabt, wäre es geil gewesen. Naja. So. Zurück. Verlassen. Die Gnade, komm mal her. Hufmaufstieg. So. Hm. Hm. Das war's für heute. Wie weit müssen wir noch? Was ist das Ding da vorne? Jo, was war denn das? Da steckt ein fetter... Alter, was schießt denn hier? Die Burg oder was? Das ist Null. Jo, von da unten irgendwo schießt jemand. Ach, ein riesiger Pfeil. Oh Gott. Geh nochmal eben weg. Ich wollte jetzt erstmal die Karte mir angucken. So, ich glaube ich bin in Sicherheit. Wieso kann ich mir die Karte nicht angucken? Ah, neue Karte gefunden. So, jetzt sehen wir doch alles. Perfekt. Okay, in das Schloss gehen wir als allerletztes. Wir werden uns jetzt hier erstmal den Rest angucken. Und ich würde sagen, wir gehen den Weg zurück. Und dann schauen wir uns erstmal hier diesen Wald an. Hier ist ein riesiger Baum. Okay. Also, erstmal zurück. Und da lang. Hier geht's irgendwie hoch. Ich sehe nix. Ah, komm her. Was haben wir hier? Regenbogenstein. Okay. Hab ich auch noch nie gefunden. Glaub ich zumindest. Von ganz vielen Viechern. Muss nur treffen. Okay. Okay, die haben wir schon mal. Pils. Vorne war da irgendwas. Genau. Trianas Lilie. Was haben wir hier oben? Giftige Blumen auf jeden Fall. Boah. Irgendwer schmeißt da so. Komische Sachen. Hier hinten. Oh Gott. Hier hinten ist nix. Wir gehen mal nach oben. Auch nix. Aha. Guck mal hier. Handballiste. Hui. Nice. Dann können wir wieder runter. Okay, haben wir das auf jeden Fall schon mal. Ah, dann gehen wir rechts weiter. Okay. Das ist auch wieder eine Gnade. Dann geht's noch mal. Ja. Okay. Dann geht's. Oh, alter Knopf. Was leuchtet da hinten? Ach, alter Knopf. Ich will nochmal schnell laufen und dringend mal absteigen. Wow. Woah. Oh. 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 vorne habe ich da eben gerade auch eine patrouille gesehen wo ist die denn hin da ist auf jeden fall die ruine wird man auf der karte schon gesehen auf jeden fall naja gucken wir mal untersuchen vorsicht hinterhalt objekt leitet mich hier runter auf jeden fall ok gehen wir mal gucken was ist das denn für einer ach so den haben wir schon gequält eben gerade nur vom pferd aus und ist noch einer auch 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 Erdschlundhöhle. Oh, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Nein! Nein! Oh Gott, ey. Das hab ich richtig erschrocken, ey. Aber war ja klar, dass da wieder eine Falle ist. Oh, ist die Falle kom... Aha, nee, ist nur der Bereich hier. Okay. Ja, was? Ein gelegter Schildkrötenhals. Okay. Wollen wir mal gucken, ob ich die... von hier oben schon... flücken kann. Ja, Tatsache. Na, komm her. Ich bin nicht nur der, ich bin nicht so, ich bin nicht so, ich bin nur der Ölgeber. Man sieht zu wenig. Hatte ich nicht sogar Items oder sowas, die ich verwenden kann, damit es hell wird? Aha. Erstmal meine Punkte wieder einsammeln. Hm, Glühstein. Gerade ausgegeben. Zeit für dies starken Feind. Hier geht's runter. Hier schmeiß ich noch mal eben so ein Ding hin. Muss man hier runterspringen? Scheibenbar. Na, was schläft denn da? Ja, alles klar. Jo, ich komm nicht mal. Ich kann nicht mal einen Trank schlucken. Auch nicht schlecht. Runenbär. Gucken, ob ich den daumen bekomme. Ach, jetzt muss ich mich jedes Mal durchkämpfen. Ja, okay. Mach ich das wohl doch mit nem Schwert. Hm, 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 hm. Hmm... Man sieht halt nichts, ne? Das ist halt voll doof in dieser Höhle. Ich hab Bock jedes Mal diese Glühsteine hinzuschmeißen. Oh, jetzt hab ich ja schon wieder alle Punkte verloren, ne? Weil ich ja eben an dem gestorben bin. Oh, damn it. Ist auf jeden Fall mega ärgerlich, weil das waren 9000 Punkte. Hm? Okay. 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 Das war's. Das macht er jetzt. Ich mach bei dem eigentlich fast gar keinen Damage, ne? Das ist halt... Nein, äh... Nein! Ich sag's, ich mach fast kaum Hits, also kaum Hit Damage, das ist nicht gut. Da muss ich später hin. Da muss ich erst mal mehr Power haben. Das bringt noch nix. Das ist... Das war's für heute. Oh man. Ist da oben irgendwas? Nö. Dann gucken wir jetzt in die Ruine. Na da ist doch schon mal was. Jetzt sehe ich doch schon wieder was fettes. Okay. 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 Alter, mit was schießt der auf mich? Machen wir den platt, machen wir den. Das ist Talnova, dann habe ich noch irgendwas Schwertmäßiges aufgesammelt und was ist das? Adon-Blut. Aha. Okay. 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 Here we go. Okay. Uh.